So, da sind wir auch wieder. Ja, was ich gerade gesagt hatte, bevor es uns abgeschnitten hat, ist, dass ich mir Diablo 3 hole, halt den Beta-Key eingeschrieben habe, um Beta-Key zu kriegen. Und ja, jetzt nur noch warte, Beta-Key zu kriegen, weil da können wir Diablo 3 let's playen, was schon ganz schön geil wäre. Persönlich würde ich das ja lieben. So, komm, alles ab, alles ab, alles ab, alles ab. So. Ja, die Party da beim Friend war ganz okay. War lustig, ne? So. Äh, ja, ich sag mal, hier ist ein bisschen voll raus. Naja, lass uns erst mal schlafen. So. Ah, so. Glücklich. Ähm, was wir gerade mal machen... Wir machen hier ein paar Sachen anders. Nämlich, um hier eine Kiste hin zu feuern. So. Ich hoffe mal nur kurzfristig ein paar Sachen raus. Denn jetzt können wir Pflasterstein, Pflasterstein, Pflasterstein. Kies, Pflasterstein. Kies, Pflasterstein. Dingsy. Umsy. Das kommt da rein. Boah, wie viel Weizen wir haben. Boah, wie viel Brot wir haben. 5 Brot lassen wir mal hier. Da haben wir auch noch Weizenkinder, ey. Ist nicht mehr normal. So. Das dürfte okay sein. Bluff, Bluff, Bluff. Jetzt. Oh, Eisen. Äh, ja, erst mal den Eisen machen lassen. Das Gold lassen wir hier. Boah, ey. Das summt mir gerade voll auf den Ohren. Ja. Ich würde mal sagen, ab wieder rein da in den... Dingsy, na. Und so. Obwohl, wir brauchen erstmal Holz. Das ist wichtiger zur Zeit. Oh, ey. Ich muss gerade mal hier... Ich wechsle gerade mal Musik. Wir bleiben jetzt erstmal ein bisschen draußen. Ich sag mal, wir fangen an, unser eigenes Haus zu bauen. Wir haben jetzt genug Cobblestone. Ja, wir haben jetzt genug Cobblestone. Jetzt können wir uns auch schöne Brickstones machen. Also können wir uns hier auch ein schönes Dingsy bauen, ne. Ich muss auch darauf achten, dass ich hier wieder was hinpflanze, ne. Jetzt haben wir keinen Wald mehr. Wir werden genauso wie an der Stelle, wo wir uns ein bisschen ausgetobt haben. So. Weg. Danke. Ja, mach du mal dein Ding. Kommt alles ab. Alles kommt ab. Boah, eine Frage, die ich mir gerade stelle. Kann man mit Gold... Ops. Cidien abbauen. Und ich hab da hinten nur gerade einen Schwamm... Einen, ja, einen Schwamm. Einen Sumpf-Bajon gefunden, gesehen, ne. So. Eins kommt da hin. Da hinten ist auch wieder Sapplinge. Ich hab gesagt, hier hinten sind auch wieder Sapplinge. Danke. Reilung, bitte. Danke, danke. Ja, damit... Oh, Apfel! Yay! Apple War Pictures, ne. So. Einer da hin. Einer da hin. Einer da hin. Einer da hin. Weg, 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 weg. Ah, so schöne Musik, ey, Leute. So, was haben wir noch hier so in der Umgebung? Tausende Schafe, das ist gut. Na, guck. Ich hör auch hier schon wieder so Rabauken, ne, hier. Boah, ey, ist ne dein Ernst? Oh, genau. Lass uns mal in den... ...Sumpf gehen. Können wir auch gerade mal ein paar Sachen... ...Ach so, das ist das Wasser. Ich hab gedacht, es wird jetzt wieder anfangen zu regnen, ey. Oh, ne, sag mir nicht, dass da wieder eine Höhle ist. Oh nein, 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 oh nein. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh, ey. So, das ehrlich, dein... ...Sauberer Schnitt, sauberer Schnitt. Oh, Kinder, Kinder. Ich wollte doch nicht zu weit erkunden gehen. Na, es kommt, das bauen wir auch noch ab, diese Kohle hier. Ist ja nicht so, als hätten wir jemals genug Kohle. So. Das kommt auch noch ab. Danke. Zum Glück war es keine echte Höhle. Nur so ein Fussel-Ding. Mampf, 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 danke. Ja. Gras, sieht hier ein bisschen schlecht aus. Weil der ist nicht schlecht texturiert, sondern das Gras sieht irgendwie aus, als wäre das nicht mehr gut. Gut. So, ich sag uns, wir nehmen uns hier so ein paar Dinger mit. Oh, ich glaube, wir hatten einen sogar schon davon. Da hinten ist auch wieder eine Höhle, ey. Hier im Sumpf, hier im Wasser gehe ich nicht zu weit erkunden. Weil wir haben dann da die Chance, einen Dschungel-Bajome zu füllen. Ah, okay. Dann. So. Ja klar, ich mach das mal mit Eisenerz zu. Und kein einzigen Minenschacht, ne, Leute. Nur Sackgassen. Was eigentlich ein bisschen gut ist, aber... Ah, was höre ich denn da schon wiederkommen? Ah, schöne Mucke, schöne Mucke. Ja. Kohle lassen wir kurz mal da. Ist ja auch nicht für lange. Oh, ich lieb den Song und das musste einfach rein. Ich hab auch schon geguckt, ob ich einen Skyrim-Text-Chapel finden kann. Es gibt auch welche. Oder du. Ich bin nicht sehr gut in Drachensprache, Leute. In der Drachensprache habe ich nur eine 4 gekriegt. Also, ja, Drachensprache ist nicht gerade die beste. Ah, schön zu wissen, dass wir hier sind. Uff, so. Alles weg, alles weg. Oh, ey, ist hier eine Bombe explodiert. Sieht echt danach aus, als wäre hier eine Bombe explodiert. Oh, ey. Ich, ich, ich. Ihhh. Scheiße. Jesus McChrist. Ja, und das findet man bei McDo. Ich hab's nicht mehr fallen hören. Komm schon, komm schon. Boi. Oh, oh. Shit. Shit. Jesus. Boi. Leute, das war alles für heute, danke fürs Zuschalten, ich bin JPD von Holybook Productions und bis zum nächsten Herzinfarkt, tschüssi